Wenn ihr mich fragt, dann sind diese Kategorien Mann oder Frau nicht mehr als ein fettes, stinkendes und nerviges Geschwür aus längst vergangenen Zeiten. Ich stelle jetzt die Frage. Du stellst mir die Frage? Genau, dann gibst du mir vielleicht eine nette Antwort. Wir probieren es, okay? Okay. Was macht für dich, pass auf, ganz einfach, was macht für dich einen Mann aus? Servus, es ist mal wieder deine Gender-Krise-Time. Melanie Flisser möchte gerne wissen, wann ist ein Mann ein Mann? Liebe Melli, deine Frage ist mir Befehl. Was ist denn für dich ein richtiger Mann? Ein Mann muss ein Mann sein, ein Mann muss Gentleman sein, Tür aufmachen. Lustig sein. Eine Verantwortung übernehmen können, Familie ernähren können. Trinken können. Und Spaß haben am Leben. Wie muss ein Mann aussehen, damit er als Mann wahrgenommen wird? Nicht so einen schlagsigen Körper. Also kein Stock. Ich habe eine große Jacke an, ja, du weißt nicht, was drunter ist. Aber muss dein Mann auch stärker sein als du? Ja, aber ich habe die Macht. Welche Eigenschaften muss der haben? Ich würde sagen, es gibt keine Kriterien, die einen Mann speziell ausmachen. Und glaubt ihr, dass ein Mann auch eine Frau beschützen muss? Ah, nee, nicht wirklich. Die kommen ja auch alleine, klar. Der Beschützerinstinkt sollte schon gut ausgeprägt sein. Es gibt einem selber einfach das Gefühl von Sicherheit. Nein, aber die könntest du dir auch selber geben. Aber das möchte ich gar nicht. Also so wie ich ihn beschützen würde, möchte ich von ihm beschützt werden. Das ist für mich gleichwertig irgendwie. Ja, ein Mann muss ein Mann sein. Verantwortung übernehmen können, Familie ernähren können. Lustig sein und nicht so einen schlagsigen Körper. Dann ist ein Mann ein Mann. Also mir gefällt es mir irgendwie nicht. Es ist mir irgendwie zu wuselig. Dürfen Männer weinen? Also eine Männlichkeitskarte weniger dafür auf jeden Fall. Manchmal, wenn man halt wirklich schwere Lasten mit sich tragen muss, dann darf man auch mal Schwäche zeigen, oder? Vielleicht weinen Männer, aber geben es dann auch nicht öffentlich zu. So ein Mann, der muss halt immer hart sein. Muss immer... Das ist eigentlich bescheuert, oder? Das ist total bescheuert, natürlich, klar. Warum macht man sich da... Dürfen Männer weinen? Ich finde, sowohl Mann als auch Frau, jeder darf weinen. Ein Mann ist auch ein Mensch, so. Vielleicht weinen Männer. Dann darf man auch mal Schwäche zeigen, oder? Ja. Okay, das kommt jetzt im Internet, oder wo? Ach, wir sind doch gar nicht fertig. Kommt noch was. Ist der Bart ein Zeichen von Männlichkeit? Nein, das ist kein Zeichen von Männlichkeit, aber sieht auf jeden Fall gut aus, finde ich. Das ist bewiesen worden, dass Männer, die einen Bart haben... Ich mag meinen Bart. Kommen besser so halt auf die Frauen. Frauen schminken sich, wie Männer tragen Bärte, so. Deswegen habe ich mir eine Zeit lang auch Bart irgendwie wachsen lassen, aber ich habe von mir aus gemerkt, irgendwie, nee, das ist nicht... Trinkt auch nichts. Trinkt nix, also soll ich einfach, habe ich wieder weggemacht. Ein Bart macht auch keinen Mann aus, also ist eine Frau weiblich, weil sie große Brüste hat? Ja, ein Mann muss ein Mann sein. Ein Mann ist auch ein Mensch, so. Ein Mann kann auch ohne Muskeln ein Mann sein. Dann ist ein Mann ein Mann. Geht' ich denn überhaupt aus? Oh Gott. Liebe Melanie, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Damit die Rubrik Deine Gender-Krise weiterhin gibt, müsst ihr mir unbedingt eure Fragen schicken. Und wie immer könnt ihr jetzt hier meine Videos anschauen. Und ich gehe gleich eine Runde heulen, aber vor Glück. Tut nämlich gut. Lasst es raus. Emotionen sind gut. Gut. Ende. Tschö. Alles. Got's. Got's. Vielen Dank.